Every moment, every breath and every detail is done for calculated decisions. That is Trinity. Trinity Racing finde ich ein sehr, sehr cooles Projekt. Ich habe mich da so ein bisschen durchgeschaut. Was sind die Optionen? Worauf hätte ich Bock? Natürlich ein ganz neu selbst erstelltes Team mit einem Custom Sponsor ist auch eine coole Geschichte. Da bin ich auch ein großer Fan von. Aber Trinity Racing hat mich wirklich ganz besonders angesprochen. Und deswegen habe ich mich auch eben für ein bereits existierendes Team entschieden, weil es mich eben so überzeugt hat. Wir haben wirklich eine coole Teamidee. Wir haben ein nices Design. Wir haben coole Trikots. Alles mit dabei. Wir haben, wie gesagt, auch ein britisches Continental Team. Und wir haben vor allem sehr viele junge Fahrer. Nicht nur jung, sondern auch viele mit Potenzial und auch sehr viele, ja, schon internationale Fahrer mit im Team dabei in der Continental Division. Und ich glaube, darauf kann man sehr gut aufbauen. Ich habe richtig Bock, wie gesagt, eben in der ersten Saison direkt schon ein paar Wellen zu verursachen und einfach dieses Konzept aufleben zu lassen. Klar, es geht natürlich in eine etwas, ja, ich will nicht sagen unrealistische, aber ja, vielleicht doch nicht so in die Richtung, die es in echt einschlagen wird, dieses Projekt. Weil wir natürlich versuchen werden, unser Team immer größer zu machen und ja, mit, also auf diesem jungen Team aufzubauen, aber es natürlich nicht immer so jung zu belassen. Ich mag es gerne halt, junge Fahrer mit dabei zu haben, die aufzubauen, zu entwickeln und wirklich, ja, einzigartige Storys mit den Fahrern zu schreiben. Aber ich mag es natürlich auch, Fortschritte zu machen, in den Divisionen aufzusteigen, in die World Tour zu kommen, große Rennen zu fahren und dafür müssen wir natürlich auch dann Transfermoves machen. Und ich habe vor in der ersten Saison in Pro Continental aufzusteigen, das sage ich jetzt schon, das ist mein Ziel. Wir haben ein Team, das es schaffen kann, nicht schaffen muss, aber ich glaube, ich kriege es hin. Ich schätze schon, falls nicht, ist auch okay, dann machen wir es in der zweiten Saison. Spätestens dann sollten wir es wirklich schaffen. Ich glaube aber daran, dass wir es in der ersten Saison schaffen werden. Wir haben wirklich ein super spannendes, cooles Team und ich bin jetzt einfach schon mega gespannt darauf, was uns diese erste Season bringen will. Es dauert nicht mehr lang und die erste Folge werde ich hochladen. Ich habe mir jetzt ein Konzept überlegt, indem ich so ein bisschen quasi das Ganze so gestalte, als wären es so Highlights von Rennen. Also, dass ich so ein bisschen drüber kommentiere, dass ich nicht live spiele. Klar, es hat auch seinen Charme und ich mag es auch irgendwie dann live zu spielen und zu erklären, was ich gerade mache und so. Aber ich glaube, das soll so ein bisschen auch so eine andere Ebene jetzt gehen, dieser Karrieremodus. Und ich versuche so ein, ja, dieses cinematische quasi Element da reinzubringen. Und ich glaube, das schaffe ich relativ gut dadurch, dass ich eben nicht mein Live-Gameplay-Kommentary benutze, sondern dass ich halt drüber spreche und das quasi so die Rennen kommentiere, als wäre ich ein Highlight-Kommentator für einen späteren Upload dann von den Highlights eben des Rennens. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich werde vor allem die großen Rennen, die Ziele, Sponsorenziele eben auch fahren und ansonsten viel simulieren, damit wir auch relativ schnell durchkommen mit der Karriere. Damit wir wirklich die Fortschritte sehen, damit wir uns nicht zu lange irgendwo da unten aufhalten, sondern wirklich ja diese Mannschaft entwickeln und eben so diese ganz persönlichen Storys schreiben, auf die ich richtig Bock habe. Falls ihr Ideen noch mit habt, dann gebt die gerne mit rein. Und ganz wichtig, ich habe mir so relativ spontan überlegt, dass ich es übel cool fände, so als kleine Challenge. Und falls wir es schaffen sollten, mit Trinity Racing in dieser Karriere jemals eine der Grand Tours zu gewinnen, was ein ambitioniertes Ziel ist für ein Continental-Team, was wir jetzt noch sind, dann werde ich mir ein Trinity Racing-Jersey zulegen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das klappt. Und ja, das passt. Falls ihr das tatsächlich wollt, dass das mir passiert oder dass ich das tun muss quasi, dann wäre es natürlich hilfreich, wenn ihr alle eure Tipps mit reinschreibt in die Kommentare, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr dabei bleibt bei der Karriere, weil dann bleibe ich auch länger dabei, dann macht das mir auch mehr Spaß. Und dann werden wir natürlich auch weiter fortschreiten und es eventually wahrscheinlich eben in diese World Tour schaffen und zu den Grand Tours. Insofern bin ich da auch einfach, also freue ich mich auch einfach darauf, wenn ihr da Kommentare schreibt, wenn ihr Likes da lasst, wenn ihr abonniert und wenn ihr mir einfach das Gefühl gebt, dass ihr auch Bock habt auf diese Karriere. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist und wenn wir in die allererste Folge rein starten. Also ja, ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid es auch irgendwie so ein bisschen. Und ja, wir sehen uns mit Trinity Racing im Karriere-Monus. Bis dahin, macht's gut und bye bye.